Herzlich willkommen zu den Buchgesprächen. Dem Gottesdienst soll nichts vorgezogen werden. Geistliche Grundsätze wie dieser machten die Regel des heiligen Benedikt zu einer Richtschnur des abendländischen Mönchtums, die sich seit dem 6. Jahrhundert bis heute bewährt. Der US-amerikanische Publizist Rod Dreher hat die geistlichen Grundsätze der Benediktsregel als Überlebensstrategie des Christentums in einer nachchristlichen Zeit entdeckt. In seinem vielbeachteten Buch »Die Benedikt-Option« stellte er kreative Wege vor, wie Christen in einem religiös gleichgültigen Umfeld den Glauben freudig leben können. Den Bestseller, den das Magazin »The New Yorker« als das wichtigste religiöse Buch des Jahrzehnts bezeichnete, übersetzte der Berliner Publizist Dr. Tobias Klein ins Deutsche. Mit ihm darf ich nun über die Benedikt-Option sprechen. Herzlich willkommen, Herr Klein. Im vergangenen Jahr haben Sie Rod Dreher, den Autor der Benedikt-Option, in einem Münchner Biergarten getroffen. Sie haben miteinander gesprochen. Und während dieses Gesprächs hat Rod Dreher gesagt, dass Sie der Übersetzer seines Buches ins Deutsche sein sollen. Wie verlief das Gespräch aus Ihrer Sicht? Es war also für mich ein sehr angenehmes, sehr anregendes Gespräch. Und ich glaube, man kann behaupten, wir hatten beide das Gefühl, Rod Dreher und ich, dass wir einfach einen sehr guten Draht zueinander haben. Wir haben also große Übereinstimmungen festgestellt, gerade auch in Bereichen, die ihn auch innerhalb des christlich-konservativen Spektrums zu einer eher unkonventionellen Erscheinung machen. Und ich denke, dass das dann auch ein ausschlaggebender Grund war dafür, dass er dann am Ende des Gesprächs sagte, wenn also ein deutscher Verlag das Buch die Benedikt-Option herausbringen möchte, dass er dann möchte, dass ich es übersetze. Dem Buch der Benedikt-Option ist ein Satz aus der Regel des heiligen Benedikt vorangestellt. Ich zitiere ihn. Die Schrift rüttelt uns wach und ruft, die Stunde ist da, vom Schlaf aufzustehen. Aus welchem Schlaf möchte denn Rod Dreher die Christen in der westlichen Gesellschaft herausrütteln? Ja, ich denke da so ein bisschen an das bekannte Kirchenlied Sonne der Gerechtigkeit, wo es in der zweiten Strophe heißt, weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit. Ich glaube, da sind wir bei dem Thema, um das es hier geht, der Schlaf der Sicherheit. Es ist die Ausgangsthese, also die Kernthese eigentlich der Benedikt-Option, dass die Krise des Christentums in der westlichen Welt viel gravierender und viel tiefgereifender ist, als das auf der Oberfläche aussehen mag. Und insoweit stellt das Buch auch eine erhebliche Herausforderung dar an diejenigen Christen, die geneigt sind, diese Krise zu ignorieren oder zumindest zu unterschätzen oder zu glauben, man müsse im Prinzip nur so weitermachen, wie bisher, dann werde die Krise schon vorübergehen. Schon der Untertitel des Buches enthält eine gewaltige Provokation. Da ist nämlich von einer nachchristlichen Gesellschaft die Rede. Ist denn das Attribut nachchristlich nicht eine gewaltige Übertreibung, wenn man überlegt, dass in den USA 64 Prozent der Bevölkerung Christen sind? Nun gut, also diese Zahlenverhältnisse, die sind ja nun in West- und Mitteleuropa, auch in Deutschland nicht so grundsätzlich anders, wenn man sich Statistiken darüber ansieht, wie viele Menschen sich selbst als Christen definieren. Trotzdem würde ich nicht unbedingt sagen, dass wir in einer christlichen Gesellschaft leben, hierzulande. Zunächst mal, denke ich, ist es wichtig festzuhalten, dass der Begriff der nachchristlichen Gesellschaft sich darauf bezieht, dass die Gesellschaft als Ganze ihre Wertmaßstäbe und ihr Selbstverständnis nicht oder nicht mehr aus dem christlichen Glauben bezieht. Und das hat dann eben auch wieder Auswirkungen auf den einzelnen Menschen. Ich würde behaupten, es ist recht verbreitet auch unter Menschen, die sich selbst durchaus als Christen verstehen, dass der christliche Glaube nicht mehr so die oberste Priorität hat. Die Menschen haben ihre politischen, ihre sozialen Gesinnungen und Einstellungen, haben ihre beruflichen und privaten Ambitionen und Lebensziele. Und der Glaube spielt bei den einen mehr, bei den anderen weniger, da irgendwo noch eine Rolle, aber ist sozusagen nicht allem anderen übergeordnet, sondern es gibt eher die Tendenz, die Haltung zu Glaubensfragen, den sonstigen Überzeugungen, die man so hat, anzupassen, als umgekehrt. Rodréa wendet christliche Prinzipien aus dem 6. Jahrhundert, aus der Benedikt-Regel, auf die heutige Zeit an. Wie kann zum Beispiel ein Christ des 21. Jahrhunderts Verzicht und Askese üben? Ja, das Thema Askese ist tatsächlich ein wichtiger Punkt in dem Buch. Darauf kommt der Autor an mehreren Stellen in unterschiedlichen Kontexten immer wieder zurück. Ganz wichtig ist ihm da die Feststellung, dass asketische Praktiken nicht dazu dienen, dass man sich selbst quält und bestraft oder dergleichen, sondern dass es darum geht, den eigenen Willen zu disziplinieren und den Einklang mit dem Willen Gottes zu bringen. Oder anders ausgedrückt, dass man sich frei macht von der Begierde nach weltlichen Dingen, um Raum zu schaffen für die Beziehung mit Gott. Gibt es da konkrete Beispiele? Ja, einige. Auf der einen Seite geht es darum, Praktiken in den Alltag zu integrieren, die die Beziehung zu Gott stärken, tägliche Gebetszeiten, Studium der Heiligen Schrift und das eben konsequent und regelmäßig. Und auf der anderen Seite erfordert es eben auch Dinge, die eher dazu geeignet sind, von Gott abzulenken, zu begrenzen. Beispielsweise ein einerseits naheliegendes, andererseits vielleicht auch etwas unpopuläres Beispiel. Zum Beispiel eben den Konsum von Internet oder Fernsehen auf bestimmte Zeiten des Tages zu beschränken und außerhalb dieser festgelegten Zeiten einfach mal zu lassen. Ein Kennzeichen westlicher Gesellschaften heute ist die Individualisierung. Und gerade die Individualität ist ja kontraproduktiv für die Ausbreitung des Christentums. Inwiefern bedarf das Christentum der Gemeinschaft? Man kann ja sagen, etwas zugespitzt vielleicht schon allein die Tatsache, dass Christus eine Kirche gestiftet hat, beweist eigentlich, dass er die Menschen nicht als einzelne Individuen zum Heil führen will, sondern als Gemeinschaft und in Gemeinschaft. Dass die moderne oder postmoderne Welt dazu neigt, die Menschen zu voneinander isolierten Individuen zu machen. Das ist ja auch etwas, worunter viele Menschen auch seelisch leiden, mehr oder weniger.